So, Leute, während das arme, aber wirklich das arme Herrli auf seine Palatschinden noch warten muss, hat mein Hund seinen zweiten Suppentopf. Vom Straßenhund, mein Heimhund bei der Pfotenhüfe lachen, zum Millionärshund, der um 26 Euro zwei Suppentopf beim Warnbacher frisst. Und da habe ich ihm natürlich auch was überlassen. Ich gebe es gleich da rein, das Mineralwasser. So, Spiky Bursche, ja? Okidoki! Spiky Bursche Jetzt schauen wir mal zu, wo die Warnbacher sind. Bei 55 habe ich so recht. Das ist ja schön, das Rindfleisch und die Suppen und die Nudeln und die Karotten. Da ist mir sicher gar keine Erbsen. Die sind ja im Alt-Wiener Suppentopf noch drinnen. Na ja, doch, den genießt er jetzt. Den ersten hat er so richtig reingefressen. Aber den genießt er jetzt, den Suppentopf. Ja, feiler Buhl. Oh, Eile bei Freit. Du hast schon genug Scheiße, in dem er lebt. Und das letzte Hemd hat keine Toschen. Drei Freit ist mir die 13 Euro wert. Also 26 sind sie jetzt. Schaut, da ist er schon wieder am Grund. Da ist er schon wieder am Grund, der Direktor. Habt ihr euch die Schüssel gesagt vorher? Na ja, zwei Minuten. Ich schätze, ist er fertig. Ich sag ja, her direkt, der Superzeug. Der Priester von Oberst. Gestern im ersten Bezirk ist er in einem Brunnen reingekauft. Wir haben dann rausgeheufen müssen. So. Ja, schau. Und jetzt kommen meine Palacita. Danke dir. Ist das was Feines? Ja. So. Der Burli ist gleich fertig. So. Jetzt wollen wir da natürlich umsteigen. Tschau Burli. So, aber dann ist jetzt Ruhe im Karton. Okay. Dann hast du eine alte Raubritter-Geschichte aufs Herli gemacht. Schaut, da ist kein Handel genug. Da ist nichts mehr drin. Da ist keine Karotten oder Nudeln oder sonst irgendwas drin. So. 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 So.